Ja hallo ist Zoe, seid ihr euch? Wir kommen wieder mal so ein bisschen her. Ja ist auf. Ja und ist sowieso und ist auf. Heute mal was wieder mal wieder bekommen soll was Zoe unbedingt gerne will. Ganz genau. Heute spielen wir wieder mal Sonic Waste Car. Ja aber was ist dieser für ein Waste Car Spiel Zoe? Na ja Mario, das handelt wie immer was von Team. Ah Team, aber was denn für Team? Na ja, wenn ihr seht, letztes mal habt ihr das Video gesehen wie Sonic das Team war. Das war der Anfang dem Video. Ja und so? Und so ist er der nächste Mann sein Team in Tanden ist. Sein Mann sagt der Team heißt Team Amy. Ah ja, das ist ja die Freundin von Sonic. Genau. Du meinst er war so sehr. Amy ist erst mal alleine gefahren und dann ist Amy jetzt mit Team oder habe ich es halt? Ganz? Hey, dann ist es ja, Pete. Du hast es wohl ein Tab. Na gut, der D ist es auch sehr Zoe. Wow, wow. Heißt das immer wohl, es können wir auch jeden Team Namen nennen? Ganz hätte es, Bailey. Also der Anfang war Team Sonic. Aber jetzt kommt Team Amy. Ich war gespannt, was Amy für den Partner hat. Na, wir werden es schon sehen, Pete. Ist doch egal, was sie im Team hat. Sonic hat dasselbe gehabt. Er hatte Nackos und Silber. Habe ich es halt? Genau. Genau. Das habe ich immer noch im Kopf. Ja, aber das ist so länger ein Jahr her. So, die Jahre vergingen und der Sache gegangen. Ganz hätte es genau. Also, wenn das so ist, dann ist das nächste Video hier wieder an Sonic WSK und der Name Team Amy. Guter Name für das, Sully. Der Name ist gut, Team Amy. Ja, genau. Also, der Video läuft an. Hier ist Amy mit seinen Teams. Oder ihr sogar. Sorry. So, hier sind wir hier bei Sonic WSK. Oh, ich bin gespannt, was Amy mit dem Team sind. Keine Ahnung, Pete. Aber wir werden es schon sehen. Was wäre denn nachher, ist es diesmal Zoe? Na sehen. Ich glaube, ich habe die Zeit ausgenommen. Die Zeit? Da also. Hm. Aha. Ah, und das sind die von Amys Team. Da sehen wir, wie die heißen. Aha. Ah, da ist auch Nackos. Hm. Ja, es ist Nackos auch bei Amy, oder? Ja, ist es ja. So, es geht los. Ah, dieser Huter Kerr Subsider. Ah, das ist der Kerr, der auf Mafis war, oder? Ja, genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung, der Amy meint das so ein. Amy hat jeden Fall Nackos und Big, so heißt der. Hm. Weiß sogar, dass der auf eine Katze ist. Natürlich, der ist zusammen wie mein Cousin. Ah, Cousin also. Ja. Na sehen. Oh. Okay, das war wohl nichts. Aber das kann man besser sein. Hier mit. Hey, sei nett, Amy. Na ja, Amy muss nett sein, wenn sie gewinnt, Tails. Genau. Nein, dann schlägt sie dazu. Hast du meine Buchstaben gelesen? Danke. Ja, oh. Amy, wohin sie gehen hin? Sie hat sich den Weg gemacht. Na ja, jetzt kommt Feuer hier. Hier, hier, hier. Ha. Wenn, was ist Amy? Im Sechsten. Die Bombe und das was daneben. Keine, das ist ja lange. Ha. Amy holt sie ein bisschen bald ein, die anderen Team. Ja. Ha. Ist es so? Au. Amy muss vorsichtig sein. Die Kürze sind überall zu viel. Sie weiß, was sie tut. Wie geht denn das? Ah, hier. Jetzt kommt die super Turbo. Ja. Haha. Dann geht sie schnell an. Hm. 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 Sehr gut. Oh. Geht's, Amy? Kann ich sagen, Amy geht's noch gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Soll ist sie fast nicht runtergefallen. Ja. Geht's. Hm. Hm. Hat das wehgetan? Nein. Oh, was soll... Oh, nein! Amy! Und... Oh, nein! Das war ganz schön knapp. Der Hoteke hat sie dann eingeholt. Ich sehe, wir haben einen Seiten, einen vierten und einen fünften Platz. Ach. Ach, so ist das also. Das wäre, wie er als erstes war. Okay. Jetzt sehen wir, wie er führt. Gucken wir. Ah, ganz knapp. Kühn und blau. Gleich dann mit 29 Pumpen. Oh, das kann es aber. Es ist ein und sie kann fallen. Aber keine Sache. Team Amy weiß, was sie tut. Genau. Mit der nächsten Hunde. Ah. Aha. Ich mache es mit... Mauten... Klauen? Was immer das heißt. Das ist ähnlich wie... Hm. Was immer das Wort heißt. Okay. Ja, so. Das weiß man schon oft. Hm. Egal. Die nächste Hunde bei der Johnny West kam. Und hier sehen wir wieder mal die Teams von Amy. Knuckles. Big. Und Amy natürlich. Was? Wie die Zeit? Wie das ist. Three. Zwei. Eins. Los. Ja, und da ist wieder mal der Turbo Blitz. Oh, hier gibt es Hügel. Ja, sowas in Mario Kart. Als hätte ich auch Hügel geworfen können. Aber natürlich haben wir in Mario Kart Hügel Mario. So müssen sie nicht so weit zu bringen sind. Ja, da, sein hast du es. Togo bläsen, oh. Wem das ist, Amy? Neunter Platz. Ah, nee, sehr lange, er holt sie bald ein. Es ist die Sechste. Es ist die Täter. Oh, nein, aber die Hunde wehen sie ein. Es ist ein Nagos und Big, natürlich. Ja. Ah, das waren keine Mittagssachen. Ja, danke für die Efe Big, Amy braucht was. Oh, es ist wohl ganz in den Dunkeln, wo soll Amy hinfallen? Sie weiß, was sie hinfährt. Ja. So, es sieht auch ein bisschen gut aus. Ah, Turbo. Ja, jetzt ist sie in den Dunkeln. Erster Platz ist Amy. Sehr gut. Da kann Amys Team gewinnen. Amy musste auch mal gewinnen. Letztes Mal, als wir das Video geguckt haben, haben wir das nicht so. Na ja, so, wie ist es so jetzt? Wer ist denn das? Ah, Big? Nagos hat es Big in unserem Team. Sonst wäre fast gewesen. Turbo Blitz. Guck mal, es sieht an, dass wir die Teams gewinnen. Ja, und jetzt kommt das nächste Turbo hier. Es geht ab mit dem Mega Turbo. Genau, Nagos. Wow, ein super Sprung für Amy. Aber war das nicht abgesperrt? Äh, ja, abgesperrt, egal. Ja, Nagos. Wir sind jetzt mit Empführhunden. Achtung, da kommt das. Oh nein, das sind dann ja die anderen Teams. Sie haben ein Netz gehabt. Ja, wir merken es. Letz' runterkommen. Ha, sehr gut, das Punkt. Werfes Punkt. Los, Amy muss den Hoten ansterben. Er darf nicht in K... Komm. Warte mal, vielleicht ist das nicht der Hote. Vielleicht kann es halt Anna sein. Warte mal, wir gucken da. Warte mal. Ah, jetzt ist... Das ist doch Blaze. Der Hunde, die Monster bist. Oh. Das wusste ich nicht. Sie hat auch Feuer. Oh. Ja. Blaze, wir werden gewinnen. Da ist der Hote. Ja, wir sehen es. Bombe, die haben gewinnen. Komm, meine, unser Team. Zeig mir die. Ja. Was haben die das? Ich glaube, nein, das haben die nicht. Na ja. Ja, es wird alle was ja. Da haben sie nicht gesagt. Ja, wir haben einen Zehnten, Vierten und einen Fünften. Lass sehen, wie es diesmal die Punkt... Punkte sind. Gucken wir mal, was dieser waren. Mhm. Ah, die Kühen haben jetzt Empfehlung gehabt. Oh nein, das ging ja sehr glücklich. Ja, sehr sehr glücklich, Piz. Aber keine Säure. Amy und sein Team haben noch eine Zahnstau so gewinnt. Die haben nur, sag, eine Fahrtnot. Ja, an Zahlen hast du halt. Sorry. So, jetzt kommt die Titte. Was ist die Titte? Die Titte? Kommt sofort. Oh Mann, ich bin aufgesprochen, was... Also, es ist vielleicht auch eine nach hinten. Hina. Äh, wie kommt sie dort, das ist dann eine Hina? In das Opa sauf. Äh, das habe ich mir auch... Möge es mir ausgedacht. Hihihi. So. Oh. Das gibt jetzt nicht. Das sieht so ähnlich aus wie der in Los Vegas. Wieso haben sie in Sonny Westka so ähnlich wie in Los Vegas? Keine Ahnung. Vielleicht mag Los Vegas bis zum Sonny. Tja, das sind doch nur du, Piet. Okay. Los geht's. Das sieht wirklich ganz schön gut aus. Oh. Alle Mittagsang sind so verbraucht. Könnte mir jemand helfen? Danke für die Hilfe, Sohn. Aber jetzt? Danke. Ja. Hallo. Danke, Hilfe, du brauchst. Ja, Amy sagt Hallo. Komm bitte, mir Hilfe. Nein, wir kommen auch nicht sofort. Ja, der Turbo hier. Hier. Verdienen auch nicht sehr. Ich hoffe mal, das gewinnt. Ähm, wie ist ihm... Oh. Getroffen wurde sie. Oh, was sind das für Dinger? Keine Ahnung, aber das sind ähnlich wie Kugeln oder so. Aha. Ich habe hier. Turbo Blitz. Na ja. Da. Da sind... Die geht dann. Ja, wir sehen es. Komm, Amy, zeig es. Gut so, Amy ist jetzt so ein... Da ist der Hote. Der Hote muss Gewicht sagen. Ja, und am Ende ist auch Blaze. Deine Freundin. Oh Mann, hör auf, immer was von Freundin zu erzählen. Ja, was denn, Amy ist außer den hinten-Freundin? Sie haben den Wind-Turbo aktiviert. Aber nicht sehr lange. Oh, viele haben den Turboblitzer und irgendwie wurde getroffen von einem Ding. Ja. Ja, die Suba geht in einen Methiden an. So, jetzt kommt unser Turboblitzer. Ja, das ist Turboblitzer. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich weiß noch nicht, wer der heißt. Er hört meinen Song. Oh, hat er das gehört? Er hört es in seinen Song. Ja, ist das so bei meinem Zucken. Das hat der Bauch sah aus. So, jetzt kommt Feuer hier. Ja. Achso. 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 Und was sieht man kommt. Oder sogar sein. Ob Blaze und der Hote haben Unversicht. Mein Gott. Ja, das ist ein... Ja, geil. Die erste Bion. War wohl nicht. Sehr gute Leistung. Feuer mit an. Oh nein. Ja. Oh Mann, dieses Wilds hier. Jetzt kommt der Turboblitz wieder. Ja. Hm. Eben ist auf den... Ja, unglaublich ist alles da. Ah! Ja. Oh nein. Eben ist auf doch niemals. Die hauen alle ihn um. Keine Sade. Eben weiß, was sie tut. Und ihren Teams auch. Ja. Ja. Aber guck, es ist gleich vorbei. Wie es aussieht. Ja. Es ist jetzt vorbei. Ja. Hm. Vierter. Sechster. Und neun... Neunter. Ja. 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 Eine Sade. Es ist lange nicht vorbei. Ich glaube, Amy und seine Team können nur schaffen. Ja. Und wie? Sie haben 100 Punkte. Das teils bestimmt nicht. Eine Sade. Der letzte Hunde kam von Sonic Wayscow kommt jetzt. Ja. Und ich bin gespannt, was dieses für eine Naena ist. Guck mir ab, Mario. Wir werden es nun sehen. Ich weiß, warum sie aber im Team gewinnen. Weil Daisy sie anfeuert, weil Blaze im Team sind. Moment. Also bitte, Opa. Wie kommt's? Da ist dieses doofe Idee aus. Äh. Doofe Idee? Das war keine doofe Idee. Das weiß es. Sohn. Oder? Hehehehe. So. Die letzte. Die Naena kommt hier angesaust. Oh. Irgendwas mit Lava. Oh. Oder hier steht Bukan. Bukan. Oh. Oh. Ja. Spannend. Ja. Spannend. Ja. Spannend. Ja. Spannend. So. Die letzte. Zunde kommt. Will Amy und sein. Ihren Team gewinnen? Müssen wir ausfinden. So haben sie das da. Oh Gott. Deswegen. Was war das denn für ein Kerl? Das war ein Monster. Ja. Das hast du gut ausgepuppen. Opa. Ja. Monsters gibt es hier irgendwo. Ja. Da sehen wir mal. Ah. Bei Team Hohn sind sie gut am ersten. Jetzt sind Team Blauerster. Das geht's. Jetzt gut jetzt allen. Oh nein. Blaze. Ah. Sieht gut an jetzt. Ja. Ich habe dich gewandt. Ja. Ja. Ey. Wie ist das heute geblomst? Oh Mann. Warum muss jetzt sowas passieren? Ja. Ist es so. Ja. 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 ja das war laba ja ein heißer laba der monster bezielt aus laba das ist ein laba monster oder ein vulkan monster kann man auch nennen laba aber kein monster sind so egal ja erwartet seid so gut amy ja ja das war wirklich fies gewesen warte wo ist das turbo wegen... ach hier ja oh nein untergebunden ist sie ja aber komm wir sind immer noch erster ja ich seh es... ahhh oh es geht gut oh es ist heiß oh gott der laba ist so heiß keine sorde amy gesehen war noch gut keine sorde die werden bald ein guter verlierer sein amy ja das wären sie ja das wären sie ja 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 ich hätte lieber den weg sein in diesen felsen ist es nicht was du sonst ja 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 ganz so dass es nackos ist wenn das ein... wie das nen blaze wäre oder der hoher kerr da wäre es interessant ja keine sorde wer immer der hoher kerr ist ja da werden wir so ein haus finden ok guck mal sind alles hier amy und sein team sind in gut Entfernung wie es aussieht ja aber nicht sehr lange vielleicht kommen bald die kühnen keine sorde in diesen allen das haben die kühnen wir sie niemals ja oh da kommt immer das gesossen das sind... ja werfen ja es ist ganz vorbei wie es aussieht oh oh nein Felsen nein das musst du nicht also wenn wir mal selber hätten wäre das auch was ja 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 auf geht's ja so es ist es ist kleinste haben wir gesagt nur eine schnelle runde und geserft ja jetzt hat amy gewonnen ja das haben wir nur ja erster vierter und fünter ja sehen wie das wurde hat amy das team gesagt ja wir sind zu sehen gucken wir nach auf m m m m m m m ch das wurde jedenfalls alter geworden. Ja, das heißt so, der Name von Team Blaze hat gewonnen, wie es aussieht. Aha, dann war die Kühne-Maser nicht der Hote, sondern Blaze gewesen. Keine Ahnung, wie es das war. Ich hatte doch gleich gewusst, dass das aus dem Team Blaze wurde. Naja, aber nicht so schlimm war das. Jedenfalls, wir waren Team irgendwie jedenfalls alter geworden. Wir wollen euch einen Applaus geben. Na gut, einen Applaus für Team Amy! Ja, bravo! Yeah! Bravo, Amy! Sehr gut! Ah, sah der das, Amy. Ihr nehmt, ihr nehmt, das habe ich nicht so gewonnen. Aber nicht so schlimm. Ich hoffe mal, mal sehr, das Video hat sehr ausgefallen, wie es aussieht. Ja, sehr gut aufgefallen. Sehr. Tja, aber nach einer Seite, wieder als ein nächstes Video sehen wir uns mal ein gutes Glück. Ja, ein nächstes Video, Glück, egal. In den nächsten paar Wochen sehen wir uns bald wieder mal bei uns, nächstes Video bei Bale Hill, ha? Naja, also eins kann ich jetzt ausleiten, sag mal, ich glaube, weiß ja, dass Mario Kart viel besser war als Sonny Whisker, oder? Ach, Mario, das denkst du ja nur, du. Na, hallo, Pisa, ich soll nur bitten. Naja, also mir hat es erst was gewartet. Aber Gott sei Dank hat Amy noch einmal gesagt, erster zu sein. Naja, das hat mir sehr gut gefreut. Ja, das freu ich mich sehr. Also, so, danke, dass ihr wieder hier war bei Bale Hill. Ha? Wir sehen uns bei nächster Woche wieder mal bei dieses Video. Was so wird, das weiß man noch nicht. Aber wir werden das Sonhaus finden. Also, Levo hat ein gutes Inner-Sitten, weil Sonny Whisker mein Lieblingsbier ist, kann ich die Kamera ausmachen. Ja, wie immer. Und dann liebt es es jedenfalls mal eine Cut-Art. Also, also, ja, sorry. Ja, also, Levo dafür. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Bale Hill. Tschüss. Ha, 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 Ha,